Die Juden, sie haben verschiedene Gebeten. Und zwar, wie so, manchmal man sich sieht, man sieht sich oder man steht sich. Aber in den zentralen Gebeten, die wir haben, es heisst Schmonaisere Gebete. Und dann schrocknen wir nach vorne und nach hinten. Wieso? Man macht so. Aber es ist nicht religiös verpflichtet. Man kann einfach wieder stillstehen. Aber im Laufe des Jahres ist es so, dass wenn man wirklich ernst in seinem Gebet ist, dann macht er dieses Schrocken nach vorne und hinten. Als ich jünger war, war es mir wichtig, zu zeigen, dass ich sehr fleißig dabei bin, wie Schocke. Aber jetzt, wenn ich bete, dann stehe ich einfach still. Die Juden bezeichnen Jesus als eine Figur, weil viele Juden gestorben sind. Und deshalb ist es problematisch für die Juden, Jesus als eine positive Figur zu bezeichnen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren, wenn die Juden schon vielleicht ein bisschen sicher sich fühlen, wenn die Juden schon Israel haben. Und ich würde auch sagen, dass die Christen so einen bedeutsamen Weg zum Juden gemacht haben, dann ist es einfacher für Juden, wie so Jesus in einem positiven Blick zu sehen. Und im Diaspora haben die Juden sehr, 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 sehr negativ bezeichnet. Ja, ich würde sagen, die Juden sagen, dass sie auch immer sie erwarten. Aber es gibt etwas in dieser Erwartung, das niemals verwirklichen wird. Es ist noch ein Spiel, das die Juden spielen. Sie sagen, dass sie auch immer sie erwarten, aber sie wollen nicht, dass er kommt. Und zum Beispiel, die Juden haben in Europa oder in anderen Plätzen gelebt haben. Und wir beten jeden Tag, dreimal im Tag, nach Israel zurückzukommen. Aber der Fakt ist, dass die Juden wie so nichts gemacht haben, um das so positiv zu machen. Ja, sie brauchten die Zionisten, die ganz nicht religiös waren, ja, um ihre eigene Stadt zu gründen. So die Juden bevorzugehen, wie so passiv zu sein, auf den Messias zu warten, aber ihn nicht wirklich zu wollen. Und in dieser Weise würde ich sagen, dass, was die Christen, die Juden kritisieren, dass sie die Messias nicht wollen, ist ziemlich richtig. Weil vielleicht ist es besser für uns, keine Messias zu haben, ja. Wir warten darauf, aber wir wissen nicht, worauf wir warten. Ja, die Christen wissen genau, was passieren wird und wer der Messias ist, aber wir wissen nichts. Es heißt, dass ein Jude zu sein bedeutet, bedeutet eigentlich, wie so viele, viele, viele Regeln zu halten. Und das ist die Bedeutung, ein Jude zu sein. Es heißt, dass die Juden nicht so an etwas glauben, sondern er soll wie so viele Dinge ausüben. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, ich habe den Pfarrer gefragt, was es heißt, ein Christen zu sein, weil ich weiß schon, was es heißt, ein Jude zu sein. Ja, ich stehe am Morgen auf, ich habe ein paar Gebeten, ich weiß nicht, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Ja, es gibt Dinge, die ich nicht anziehen kann, nicht essen kann. Ja, wir haben Schabbat. Jeden sieben Tag haben wir einen Tag, an dem wir fast nichts dürfen können. Aber im Christenentum ist ein ganz anderes. Man soll einfach glauben. Und das ist der große Unterschied. Ich war religiös. Ich komme aus einer sehr, sehr religiösen Familie. Und als ich mich entschieden habe, nicht mehr so religiös zu sein, so mein Vater hat mir gesagt, uns ist das wirklich egal, ob du glaubst oder nicht glaubst, sondern es gibt ein paar Dinge, die du musst wieder ausüben, ja, um dich zu erinnern, dass du ein Jude bist. Aber es geht nicht mit Glauben, sondern es ist ganz anderes. Ja, es ist schon, was Paulus schon sagt, ja, dass die Juden nicht erlöst werden können, weil sie versteckt, ja, in der Bucht haben, was sie sagen, ja, die Regeln. Und deshalb haben die Christen wieder die Regeln abgesagt, ja, weil sie glauben, dass durch die Regeln, man kann nicht erlöst werden. Aber die Juden, ja, wir verfolgen schon, was Gott in der Bibel sagt, wie so deutlich, wie so literarisch. So, es ist ganz anderes. Die Synagoge ist besonders in dieser Weise, dass alle sehr, sehr, sehr beteiligt sind. Alle beteiligt sind an der Predigt, alle beteiligt sind. Es gibt keinen Pfarrer. Es gibt einen Rabbiner, aber der Rabbiner ist nicht eine spirituelle Autorität, sondern er leitet die Leute, was sie machen können, was sie nicht machen können. Aber er ist nicht ein zentraler Teil der Synagoge. In der Synagoge kann jeder einen zentralen Teil haben. Ja, wie so jedes Kind kann predigen oder vor dem Publikum, wie so beten. Es ist nicht, wie so diese Distanz zwischen den Leuten und der Pfarrer existiert nicht. Es gibt keinen so hohen Platz, von dem man predigt, sondern die ganze Gemeinde ist ein Teil des spirituelles Lebens. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz anders. Es gab natürlich Vorteile, aber es gibt auch Nachteile, weil ich fühle mich, als wenn ich in die Kirche hineintrete, bin ich in einem anderen Platz als der Straße. Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Straße und der Kirche. In der Synagoge ist es nicht so. Die Synagoge ist einfach ein Teil des Lebens. Und es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, ja. Vielleicht ist es so, weil Jüden die Synagoge dreimal per Tag besuchen. Es ist nicht so ein Platz, an dem man einmal oder einmal pro Woche oder vielleicht seltener wieder kommt, sondern es ist Teil des sozialen Lebens, die wir führen in unseren Gemeinden. Es war, zuerst wegen Corona kann ich nicht wirklich beurteilen, aber es war ganz spannend zu sehen. Zuerst bin ich zu einer katholischen Kirche gewohnt, die sehr Dekorationen und eine große Show der katholischen Kirche gibt. Es war, ich würde sagen, es war heimlich für mich. Zuerst, weil mein Deutsch besser geworden ist, also ich hätte die Predigt verstehen können. Aber es war auch sehr interessant, weil die Pfarrerin, sie hat über einen Text aus dem Elten Testament geredet, den ich wirklich gut kenne. Und es war sehr, sehr, sehr spannend für mich vergleichen zu können, wie sie diesen Text interpretiert und wie wir diesen Text interpretieren. Weil sie hat einen Text genommen, der sehr zentral auch für uns ist. Und es war ganz spannend zu sehen, wie man diesen Text, den wir in einem evangelischen Gottesdienst bezeichnen. Und nochmal, wie diese Namen, die ich so gut kenne, in einem ganz anderen Kontext, wie so in München, so weit von Israel, von meiner Gemeinde, von dem Platz, wo ich hier komme. Das war das erste Mal meines Lebens, dass ich wieder spürte, wie tief die Verbindungen zwischen Religionen sind. Wenn ich auf diese Frage antworte, dann vertrete ich nur den Platz, woher ich komme. Und es gibt verschiedene Meinungen dazu. Und deshalb wäre es wie so nicht richtig zu sagen, dass was ich sage, ausdrückt wie so das Judentum oder wie Juden wie so Christen beobachten. So im Platz, woher ich komme, es ist ganz wie so undankbar an Verbindungen zwischen Juden und Christen wie so zu denken oder daran zu erkennen, dass wir etwas in Gemeinsamkeit haben. Wie so meine Eltern zum Beispiel, wenn sie in Europa sind, werden sie niemals in eine Kirche hineintreten. Es ist verboten. Es ist nicht etwas, das wir machen dürfen. Ich habe ihnen auch nicht erzählt, dass ich in einem Gottesdienst war, weil ich wusste, dass es wie so einen Streit erzeugen kann. Also ich bevorzuge darauf zu verzichten. Für mich persönlich ist es ganz anders, weil ich glaube, dass, wie ich schon gesagt habe, durch die Texte, durch den gemeinsamen Hintergrund, den wir teilen, es ist noch ein Boden oder ein fruchtbarer Boden, wie so für uns einen Diskurs anzufangen und Diskussionen wie so anzufangen und die Gemeinsamkeit teilen, die wir haben, wie so zu entwickeln und darüber zu reden. Wie so im Judentum geht es so, dass die Muslime und Juden wie so viel mehr wie so Gemeinsamkeit haben als die Christen. Aber ich sehe es ganz anders, weil wir wie so Europa und hat diese jüdische, christliche Hintergrund wie so. Es geht zusammen. Es ist ein Teil der westlichen Kultur und wir sind auch ein Teil daran. Und deshalb, wie so, es hat kein, es hilft nicht, wie so einfach das zu ignorieren, zu sagen, okay, wir sind Juden, wir haben nichts dazu, es hat nichts damit zu tun mit uns und so. Also deshalb, ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig und ich interessiere mich dafür, wie so diese Verbindungen zu vertiefen und recherchieren und einfach auch als Gast wie so zu besuchen. Es ist nicht, dass wir etwas anderes in der Synagoge machen, als wir draußen sind und es ist noch, was ich vorher gesagt habe, dass die Synagoge ist nicht anders als die Straße ist. Es ist nicht, dass wenn man in der Synagoge ist, soll er sich anders verhalten. Es ist immer das Gleiche. Also, so eine religiöse Jude muss immer wie so einen Kippa tragen. Ja, muss, finde ich, ist ziemlich schwer zu sagen, aber es ist ein Gebrauch, das die religiösen Jüden wie so ausüben. Es ist noch interessant zu wissen, dass die deutschen Juden in den letzten, wie so drei, zweihundert Jahren, vielleicht wegen der Christen, haben Kippa nur auch in der Synagoge getragen. So, wie ich schon gesagt habe, ich komme aus einer sehr religiösen Familie und deshalb natürlich bin ich mit der Kippa aufgewachsen. Aber als ich wie so alt geworden bin, habe ich mich entschieden, so Kippa nicht mehr zu tragen, nur wenn ich in einer Synagoge bin oder wenn ich meine Eltern besuche. Ich fühlte mich, dass Kippa ein Hindernis zwischen Leuten macht. Und wenn man mich mit einem Kippa sieht, auch in Israel natürlich, ja, dann ist es schon wie so Stigmatisierung, wie so, du bist etwas. Ja, du bist etwas, du bist religiös, du bist etwas und deshalb ist es schwer, wie so religiöse Verbindungen, wie so, nicht religiöse, wie so gesellschaftliche Verbindungen einfach zu verschaffen. Wieso so stigmatisiert zu sein. Nicht negativ, aber es ist noch etwas, das man mit sich trägt und das ist schwer. Die Kippa ist leicht, aber ich fühlte, es ist wie ein Ton auf meinem Kopf zu tragen. Und es ist auch so, dass ich nicht mehr religiös bin und ich kann nicht wie so etwas tragen, das mich nicht ausdrückt. Und manchmal möchte ich im Schabbat wie so rauchen, aber das kann ich nicht machen, wenn ich eine Kippa trage, ja, so. Es war wie so verschiedene Ursachen, die dazu geführt haben, dass ich nicht mehr wie so Kippa trage. In Judentum, es ist so, dass religiös oder nicht religiös zu sein, es ist eine soziologische Frage. Es ist nicht eine Frage der Glauben. Wenn ich sage, dass ich nicht mehr religiös bin, das heißt, dass ich nicht mehr ein Teil der Gemeinde bin. Dass ich nicht mehr ein Teil von ihnen bin und das heißt, dass es viele Regeln gibt, die ich nicht mehr ausübe. Gleichzeitig ist Religion bei uns, ich würde sagen, ist ein bedeutsamer Teil der Identität. Und das ist der Platz, woher ich komme. Das ist der bedeutsamste kulturelle Paket, ja, die ich mit mir wie so überall trage. Das ist die Musik, die ich höre, dass ich die Sprache, die ich kenne, ich habe keine andere Sprache, die ich benutzen kann, um die Welt zu beschreiben oder zu denken. Oder einfach, wenn man einsam ist oder wenn man ein Gefühl der Gehörigkeit spüren möchte, dann wende ich zurück zu meinem kulturellen Hintergrund an. Und wenn ich zurückkehre, dann finde ich nochmal die Religion. So, es ist einfach ein Teil des Lebens. Es ist nicht etwas, dass ich sagen kann, okay, ich glaube nicht mehr. Es ist sehr abstrakt, was heißt es zu glauben oder nicht zu glauben. Es gibt etwas, was wir spüren und fühlen. Und manchmal kann ich aufstehen und sagen, ja, am Morgen kann ich aufstehen und sagen, es gibt keinen Gott. Was mache ich mit mir, ja? Und manchmal kann ich sagen, ich bin, ja, manchmal sage ich meinen Eltern, ich bin der letzte Jude, der wirklich glaubt in der Welt, der geblieben ist. So, es hat keine verschiedene Bedeutungen. Es gibt viele Leute, die das nicht verstehen können. Ja, ich würde sagen, dass ich heute wie so fast keine Regel wirklich ausöbe. Gleichzeitig, ich bete viel. Und mir ist es wichtig, wie so in der Zeit des Westens oder so, wie so, mich zu erinnern, woher ich komme und wer ich bin. So, es ist eine, ich habe meine eigene Religion, ja. Es ist etwas, was man sagen kann. Ich habe meine, ich habe meine, ich habe mir etwas geschafft. Es ist die selbe Psalms, natürlich. Aber doch würde ich sagen, und vielleicht ist es zu hart zu sagen, doch gibt es etwas Fremdes zu uns Juden in der Kirche. Das uns wie so verhindert, wie so zur Nähe zu kommen. Und deshalb, wenn ich denke, vielleicht können wir zusammen beten, so natürlich können wir uns zusammen an Gott wie so anwenden und reden. Wie so Freestyle. Aber wenn wir die Geschichte lesen und zusammen interpretieren, das ist noch etwas. Aber zusammen Psalms zu lesen, dann gibt es etwas in mir, das dazu wie so einwendet. Wie kann es zusammen gehen? Sie haben Jesus als Messias und das ist etwas, das wir nicht akzeptiert haben. Und deshalb haben unsere Meinungen in zwei verschiedene Richtungen gegangen. Und ich weiß nicht, ob wir, wieso ich meine, theologische Weise treffen können. Ja, wir haben viele andere Dinge gemeinsam. Aber die theologische, treffen zu können, ich sehe es nicht. Natürlich. Musik 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 Musik